nicht wundern heuer er hat das Spiel verlassen ich habe mich ausgetappt aber zum Euro der LKL kann er hinterher kommen ja nicht bei der Welt gewiss man den Ballert ja das können wir wir wollen wir gehen mit dem Flughafen ich bin die Mutter unterbrochen weil er rechtlich zu langsam läuft auch so gut ausgetappt okay willst du mitfahren oder fährst du einzeln um einladen the daddy is back bitches ja ok ich war da wie einer daddy is back here bitches ja sagen wir ja so bitteschön oh hier ist ein Burgershot ja ich glaube das Spiel wird trocken wenn ich nicht die Einstellung ohne Schraube so alles kaputt aah du hallo aah er macht doch auch wohl das ping warum ping ah bin ich halt ping ja ich ne ja aber im Norden ist es braun wie scheiße was sollen wir dazu sagen aah oah super ok nicht eigentlich naja ok ich muss ein bisschen die Grafik runterschrauben weil das Spiel wird immer so dummen Prozessoren lassen Grafik hier das da wollen wir haben wir müssen die Dings abbiegen glaube ich ne nein ist egal wir fahren trotzdem nirg weg einfach geblieben naja ich muss mal ein bisschen neu runter naja ich muss mal ein bisschen neu runter ähm ich würd mal sagen tolle toller Weg echt toller Weg Otze Schatten aah tsch aah oah oah oh ich bin grad am Grafik runterschrauben aah oah 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 oh ich brenne weil mein Auto brennen aah ok der weg aah fuck du hast verzogen hu Nein! Nein! Warum? Moment mal... Hermann, was ist denn los? Äh... Jetzt geht's. Jetzt passt's. Hermann, bist du pink? Boah, das ist wirklich... Ich hasse dieses Spiel, ey, man! Stell die Grafik noch weiter runter. Stell die Grafik auf minus 6. Sag ihm das nicht, sonst macht er das auch noch. Ja! Ja, 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 ja! Nachtschatten, Mittel... Ressourcen-Nutzung, 340 von 2 Gigabyte. Hallo! Hallo, Matze. Ja. Das war alles tropisch. Wieso bin ich eigentlich so weit gespawnt? Wie weit hast du denn gespawnt, das hast du gemacht? Weiß ich nicht. Oh! 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 Das war gleich alles so ab. Matze, stehst du da oben auf der Brücke? Nein! Nein! Ja, ich hab einfach rumgefahren. Mit Texturquart die Einstellung zu übernehmen. Ja, also... Das geht nicht. Waaah! 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 Okay! Ah, das ist so geil! Geil! Wie du Spiel! Ja! Wohoo! Wohooo! Warum? Wieso bin ich nicht runtergefallen? Okay, ich versinne, ob ich nicht runter schrauben. Hm, und traurig. Waaah! Alles explodiert einfach! Warum? Was macht ihr denn daheim? Ja, dann geht ihr auch spielen. Aber alles explodiert, wie immer. Wie soll's doch alles sein! Jaaaaaaah! Haaaaa! Ja, wir gehen zum Helikopterland! Lass mich mitfahren, lass mich mitfahren, lass mich mitfahren. Die Kopftalante ist ja nicht so weit weg. Ist ja nur einmal quer über die ganze Karte. Wir fangen einmal quer über die ganze Karte würde ich sagen. Den Handling-Mod habe ich glaube ich nur irgendwo. Ja, ich bin so glücklich an. Ich bin hier eigentlich sehr sehr glücklich drüber. Geht's wie lang? Da. Ja. Wow geil, ich fang einfach irgendwo hin. Alles dreht durch. Zehn Minuten weg, ich komme gleich wieder, ok? Nein, ich bin gleich Hotze. Hotze macht den traurig. GAS CONTAINER! GAS CONTAINER! GAS CONTAINER! Ja! Okay, wir haben den Moritz gemacht. Wir haben den Moritz gemacht. Ich habe den Moritz gemacht. Ja, ich glaube ich muss bis in die offene Sonne schrauben. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Kann man leider nichts machen. Wenn ich ein bisschen Metro-Listream habe, würde ich ein bisschen besser laufen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt vollständig. Ja. Ist ja schon wie du sagst. Also wir können auch nicht mehr die Grafik haben. Ja, bringt nichts. Jetzt ist halt die Auflösung. Runter stellen. Das sollte was bringen. Weil du dann nicht so großes Fetts aufnehmen musst mit dem Aufnahmeprogramm. Mit dem Streamprogramm. Ja, das kann ich machen. Oh, so vielleicht. Oh, voll klein! Ja, einfach mal ausprobieren, ob das jetzt besser läuft. So, ich flieg jetzt erstmal da aus dem Spiel, glaube ich, raus. Gleich. So, ich hab's gedacht, sie sind erstmal gestorben. Oh. Ich muss mal kurz den Screen... Ding... Sag schon. Den Screen hier mal einstellen. Ja, mach doch. Halt da reingehen. Ist ja aber nett. Da warst du keine Ahnung, oder? Da flieb man da. Neee. Okay. Mann, ey. Das schick! Mann ey. Ich krieg dich! Ich hab mich! Ja! Ich bin halt dich denn! Okay. Ja! Ich hab ein Messer! Außerhin hab ich gerade eine Hand dabei! Jetzt geht's los! Geil! Weil der Rechner zu langsam läuft! Ja, aber der Rechner ist einfach zu langsam, ey! Ist mir egal! Das ist ja Ausrede, ey! Mann ey! Passe dich! Okay. Ja, mach's laden. Okay. Was kriechen! So. Wir sind eingeladen. Ja. GTA 4 funktioniert nicht mehr! Ja, das tut mir echt leid. Ja, das tut mir echt leid. Ich meine, da hast du mal über die Fehler, wenn du nachgedacht hast. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ja. 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 Geht einfach abgestört! Einfach abgestört! Ja. 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 Da wiederélior. Hier eine Granate. Ja. 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 Was ist das, hä? Hä, muss ich hier anlegen? Die Granate! Oho, ich muss zurück runter springen! Oho! Kommt jetzt endlich dieses Spiel! Da ist es doch! Jetzt kann ich endlich den Stream-Ding-Z einstellen hier. Ja. Oh nein! Ne, das passt schon. Wobei, ne passt nicht. Tumala, ich muss wieder hier einstellen. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich bin. Wo ist die überhaupt hin? Da müssen wir dich abknallt. So, jetzt passt es. Nein, wir haben eine Granate auf mich. Granate, Granate. So alle fiel, kein Ausglasen. Könnt ihr das einfach so gut aufnehmen? Ich bin, äh, ich bin eh rausgerufen, den, äh, Otze. Warum? Ja, weil ich eine Auflösung geendet habe und da kackte Spiele habe. So, du kommst aber noch mal hinterher. Ja klar, da laden ich einmal zu. Oh, wieder? Ja, also es geht jetzt auf viel liebigere Auflösung. Es ist egal, jetzt muss ich drüben. Oh, natürlich, ich muss ihn retten! Los, Kamato, sein eigenes Auto! Jaaaa! Ich mob, ich fach mob, ich fach mob. Oh nein! Jetzt hab ich da die Polizei-Wagen-Geter-Ding-Loft getränkt! Geil! Mit Live-Web binden! Ich muss mich auch noch mit Live-Web binden! Kannst dich auch mit, äh... Nein! Mit ICQ! Ja, jetzt will ich sagen, wie ich Recorder für bin! Kamala Recorder! Lass ihn jetzt! Oh! Okay, äh... Anwälte wird ausgefüllt! Oh, ich lasse ich auch kochen! Okay! Jaaa! Er hat zu Recht, er funktioniert nicht mehr, aber... Hast du gerade mal am ULAs online, bist du drin? Jaaa, aber irgendwie hat sich mein GTA... Okay, jetzt ist es da! Bleib mich an, Matze! Okay! So... Der Ego gegenfangen! So... Wir haben es bald geschafft, wir sind mal bei den Busch verwandt! Ja! Jaaa... Guck mal, wie es das bei mir auskommt! Jaaa, ich bin nicht! Ey, ich darf das Spiel eigentlich gar nicht spielen, das ist klar, oder? Warum nicht? Wo ist der ULAs 2000 neu, sag ich nur! Das ist heute ein Luxus hier! Immer wieder dasselbe furchtbare Scheiß! Jaaa, Super Mario Musik! Super Mario Musik? Ja, Super Mario Techno Remix! Jaaa! Jaaa! Boah! Oh! Toll Wagen gefunden! Äh... Mein Auto liegt auf dem Dach und alle Scheiben sind hinterher angepackt! Beim... Das geht ja natürlich gar nicht! Doch, das geht! Okay, ich bin drin! Okay! Jaaa! Das haben wir! Wieso? Er ist immer rosa! Ja, das ist ja echt... Also... Rosaner geht es echt nicht mehr! So! Okay! Okay! Läuft besser! Viel, viel besser! Ja, das geht auf jeden Fall! Also was hast du denn gemacht jetzt? Ich hab die Auflösung ohne geschraubt! Okay! So! Nhau! Ha! Ja! Ja... Ja... Polizei! Halt real! Seha.. Was soll das denn? Scheiß Auto! Woah! Wieso oct hab ich überhaupt noch antes aufn? Der Stream ist abgeschissen. Was? Hast du abgeschissen? Okay, ich muss den Stream wieder neu starten. Der Stream. Erwin, ich leih mir mal dein Auto. Kannst du machen. Murpie, Murpie, Murpie. Jetzt kann es weitergehen. Erwin, dein PC ist zu lang. Der Stream läuft. Der Stream läuft. Hier nochmal eine Einladung für dich. Daddy is back, ihr schwulen Bitches. Daddy is back. Ich bin hinterm Zaubel. Ich kann es nicht besiegen. Nein! Nein! Er ist im Lauf! Er ist im Lauf! Ach, endlich. Jetzt geht's wieder los, ey. Jetzt geht's wieder los, ey. Nee, jetzt geht's wieder. So, stirb! Jetzt mal Auto. Jetzt stirb jemand! So. Er überrollt. So, jetzt mal Autoschrott. Damit verabschiedet es sich, ey. Ja. Ja, geil! Ja, geil! Taxi! So. Okay. Was hast du denn da? Okay. Einmal steigt aus. Er ist so derbe blau, ey. Oh, ich fahr schon wieder ab! Oh, oh! Oh, ich fahr schon wieder ab! Oh, ich fahr schon wieder ab! Ja, rückwärts war, ne? Uzi. Für Großbuchstaben. Du machst mich wieder überfahren, ey. Ich glaub, ich geh dann lieber hoch. Nein, ich bin da hoch, ne? Äh. Oh, Gott! Oh, sie hasst du dich nicht, dich? Oh, ich bin schon wieder geächtet! Oh, da ist Shotgun-Tippie! Yeah! Er ist bestimmt verorben. Ich hab ihn zu derbe abgeknallt. Und ich habe seine Shotgun bekommen. Du, das ist wahre, sinnvolle, jetzt. Kommt er! Kommt er! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Nein! Nimm mich ein Bus! Ja! Das bist du!